Willkommen zurück zu Let's Play. Ich seh noch so'n Dreckskart! Ich rieche ein Arschloch. Kämpft! Die Waffe runter! Warum lässt du's mich nicht versuchen? Ich halt das nicht auf! Hab das Schwein erwischt! Ich komm an ihn ran! Nicht ins Krieg! So, ich geh wieder an den Fressen mit dir. Einfach krieg ich mich ja. Oh, nicht ein guter Fahrer, nein. Ich greif... Ich glaub das letzte von dem an, oder? Ich hab das letzte von dem Manga. Und dann kann ich die auch fertig machen. Dann mach ich in diesem Part 2 anwesend. Wenn's zeitlich fertig ist. Der Teufel meinte mit Establishment! Muss man nur merken, zum 30. Verdammt! Steck sie weg! Er wird schießen! Aus dem Weg! Gib sie! Oh nein! Weg damit! So, alle Bitsen halten. Ist auch schon. Nein, ich will hier rein. Dann will ich's auch nicht. Gucken schaff ich das? Nein, du sitzt hoch. Gucken. Weg damit! Du kannst ihn nicht ewig verstecken! Du kannst ihn nicht ewig verstecken! Keine Bewegung! Willst du dich umbringen? Nein, gut. Nein! Die Waffe runter! Habt das Schwein erwischt! Das ist für dich! Der da hat das Sagen. Wo? Wo, wo, wo? Nicht mich! Ich... Haben Sie eine Ahnung, was das kostet? Wir sind umzingelt, verdammt! Unarmer! Da drüben ist einer der Typen! Du musst mich schon erledigen! Hey, hört auf damit! Okay, weißt du was? Tun Sie mir nichts! Tun Sie mir nichts! Ich bezahle! Ich gebe auf! Und... Ich mach es hier! Sehen Sie sich an! Sie können diesen Laden nicht schmeißen! Nicht ohne mich! Kapiert? Sie wollen diesen Laden! Meine Degen! Gut, danke! Mach's so schwer! Weg der Mädchen! Unbewacht! Ja, ja, also nochmal einstellen! Wie, warum haben wir jetzt noch nicht alles? Ach, sagt mir nicht, dass die sich in Kuba auch noch verbunkert haben! Ich seh doch theoretisch nicht mehr! Warte, guck ich mal! Guck ich mal! Guck ich mal! Kuba! Ne! Natürlich! Amdi! So eine... Verdammte Facker! Na gut! Den machen wir nur eins! Scheiße hier drüben! Arma! Da hören Sie hier drüben! Sie sind getroffen! Gut das Schuss! Ich komm ja schon! Hä, wir wollen einfach mal raus! Zwar falsch, der Ausgang! So egal! Ein Auto haben wir auch natürlich nicht! Wie immer! Was machen wir denn? Jetzt! Der Welt ist! Ein Flughafen! Oh, katz! Wenn ein Auto, wenn ein Auto ist, ein schnelles Auto! Ein Taxi ist auch ein schnelles Auto! Aussteigen Arschloch! Tut mir nicht weh! Ich verschwinde von hier! Warten Sie, bis die Cops kommen! Natürlich! Warte ich so lange! Ich bleib hier extra stehen! Und... Ja! Ein Schild um uns! Ich war's! Ich war's! Bitte mitnehmen! Bitte nehmen! Bitte mitnehmen! Deshalb fahre ich nicht! Wie? Weswegen? Was ist mir immerhin hier? Warte mal! Wie fahre ich denn jetzt? Ich würde sagen, wenn ich links fahre, bin ich am besten dran! Ui! Das war knapp! Wo wir auch hinfahren! Versuch uns nicht umzubringen! Okay? Ja, natürlich! Ich fahre am besten im besten... Äh... Am besten im besten... Nein! Am besten im nächstgelegenen See rein! So, dass wir alle schon sterben! Weißt du so! Guck mal alle was davon haben! Tut mir leid! Ich hab versprochen, nicht zu töten! Naja, gut! Was soll's! Was sagt die Karte? Na gut, wir fahren mal ein Stück! Dann fahren wir die nächste runter! Und den halten wir uns ein bisschen rechts! Und den haben wir uns da hinten drückt! Das hat mir nicht... Doch! Geht's runter! Zum... Palmetto! Das ist die genaue... Oh! Da unten ist doch unser Flugding! Platz! So! Dann fliegen wir nach! Wo fahren fliegen wir hin? Naja, wir fliegen nicht nach Europa! Gut, wir fliegen nach New York! Warum? Weil wir ein... Einwesen vor allem... Anwesenden... Blatt machen wollen! Werden Sie heute mit uns fliegen, Sir? Toni... Okay! Guten Flug! Guten Flug! Danke! Mit dir immer! Ich freu mich schon drauf! Du trittst mir ständig auf den Fuß, Mann! Halt doch mal ein bisschen Abstand! Tut mir leid! Ich hab noch mal Gruß! So, wo ist das Anwesen von dem? Wo ist mein Anwesen? Da hinten, oder? Achso, nice! Cool, mal gucken, wie... Ich weiß, wie man einen Abfluss repariert! Natürlich, du... Sieht mich doch immer... Natürlich, ich wusste es! Ich hoffe, Sie brauchen keinen... Das hätte ich noch eine schnellere Karren hingekommen! Ich hatte Angst! Der ist hinüber! Hier müsste es irgendwo sein! Komm! Komm, komm, komm! Nein! Und... Rückwärtsgang und Vorwärtsgang! Komm, wir lernen's wieder in Fahrschule! Weiß man noch gar nicht, wie Fahrschule ist! Ich... Komm, da über den ich noch mal aufmacht hab! Zumindest wenn das Video oben ist, vielleicht bin ich von drinnen! Hm, guck! Oh nee... Zwei Monate wär ich jetzt in Ordnung, so... ich will zu unserem anwesend unsere anwesend die bank ausbauen so hier man kann so naja das nicht unbedingt so geklappt wie ich wollte ich bin auch drunter ich hab nicht gedacht dass wir drinnen auch im Eingang gibt oder zwischen und durch ich bin durch geleckt nein gut wenn nicht glaub ich halt legal rum ich bin ich bin nur müde heute und muss deshalb früher nach hause muss das machen das war das ja leg ein feuer das weiß ich noch das weiß ich noch das weiß ich noch sind sie geht mal kurz rein und waffen abgreifen gleich wird es hier richtig heiß ja hey du siehst irgendwie anders aus die ich weiß das ist aufgefallen und dann fällt sie noch oft so mann 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 die mann hätte die auch aus der Schmerz müsste abgefackelt sein und dahinter Verwirkt sich etwas Gutes. Ist das jetzt verarsche? Du solltest doch die Röntgen... Gehen wir fürs Haus, Boss! Los! Wirst nicht Zeit, nach Hause zu gehen? So, die mir da nicht jemanden vorlegen. Gut, den gehen wir kurz hier hinter. Und den gehen wir noch mal kurz hin. Ist so nicht euer Ernst, oder? Okay. Okay. Jetzt ist es halt auch. Hm. Wir können nicht mehr nach Hause. Okay, schön. Ey, das ist meint. Hey, Sieh! Halt! Gleich da drüben! Wir bekommen das so. Willst du ihn tot sehen, Chief? Kommt. Er will was von da. Ich muss mir was antun. Das kann er mir gar nicht. Ich hätte den Fisch nicht bestellen sollen. Mir ist so komisch. Ich mir die Sonne auch ein. Das Personal. Einspülen. Wissen wir mal, warum? Wie das Rebusch abhackelt. Das ist das Einzige, so was will. Warum hat er den nicht abgefackelt? Bitte, warum brennt er nicht mehr? Komm jetzt. Das ist so. Ich kann nicht trotzdem sagen, was dahinter vorbohlen wurde. Und zwar eine Schrofflinde. Ich komme! Schrofflinde. Modifikator. Ja, nicht so. Er guckt nicht alle so blöd, mein Autor. Ich hätte gerne die Schrofflinde genommen. Das kann alles nicht sein. Warte, mal drühe ich nochmal um. So, ich drühe einfach nochmal um. Versuche ich einmal. Ich hoffe doch, dass es nicht klappt. Ja, alle Platz hier. Äh, Schank. Ich habe jetzt mal Schank-Bordelneil geladen. Hey! Aus dem Weg! Ich komme nicht raus! Das ist da. Ah, gut geht. Fackel es ab! Fackel schnell ab. Legen wir ein Feuer! Ich hab's gleich! Aufpassen! Die Amidas und Amidas haben was angenommen. Das wird schon in Ordnung. Nicht mit dem Nacken. Das ist erledigt, Boss. Flammen. Wenn Sie noch einen Laden übernehmen, müssen wir auf die Matratzen. So, gut. Abgesägt Schrofflinder. Yay! Freund und Familie. Das Monopol. Pfff! Apropos. Ja, apropos Familie. Ich würde... Ich kann noch ein bisschen aufgräben. Und das kann ich hier nochmal. Ja, natürlich. Nein. Ne, bräuchte es nicht mehr. Ähm... Für ihn ja. Hoffen Lizenz. Ne, ich will, ich will, dass er... Waffen, ja. Ja, Waffen, ja. Pistole... Nein, 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 nein. ... ... hat keine Lizenz für Waffen, der Stufe 2. Schalten Sie, sie, unnötiger. So, und läuft. Kostet mir da jetzt was? Ja, ein Schöne, schön, schön. Hätte ich nicht machen sollen. Naja, gut. Pff, weg! Ich vermisse die Vergünstigung jetzt schon. Scheinst ziemlich in die Scheiße getreten zu sein, Mann. Oh, jetzt habe ich doch den Part richtig viel gemacht. Überhaupt viel. Überhaupt nicht viel. Ich werde da im Nichts... Nein, 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 nein! Jemand muss ihn aufhalten! Tut mir leid. Hoffentlich sind Sie versichert. Ja, hoffe ich auch. Ja, aber den fahre ich eher zu den Dingsbugs vor. Aber... Anliegen kann ich da jetzt nicht. Jetzt muss ich nicht... ...laufen. Ich glaube zeitlich. Ich glaube, das ist nicht so. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier habe ich noch einen guten Tipp. Und zwar hier hinten rein. Ist der Beste als vorne rein. Wenn du wirst, wie ich meine. Kümmer dich darum. So, sicherheitshalber werde ich hier aber auch schneiden. Also danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ciao.